Es ist ganz interessant, wie mittlerweile eine Situation entstanden ist, wo die Mannschaft, wo die generelle Belegschaft gesehen hat, die haben irgendwas erlebt, die haben was getan, die sprechen plötzlich über gewisse Themen, die benutzen gewisse Vokabeln. Das Verhalten hat sich geändert, sichtbar geändert und dementsprechend wurden wir natürlich auch proaktiv darauf angesprochen, was tut denn ihr da, das ist ja toll. Und so haben wir angefangen, eine Kommunikationskampagne zu unterstützen, natürlich es weiter vorzuleben, weil es uns gut tut und jetzt steht natürlich die Jobführungsmannschaft mit voller Überzeugung dahinter und sagt, ich möchte das meinen Menschen auch ermöglichen, die sollen dann auch mit auf die Reise kommen und so multiplizieren wir das jetzt an der Stelle und dann im nächsten Schritt bilden wir mit eurer Unterstützung auch unsere eigenen Moderatoren, Facilitäter aus, uns dann weiter auch nachhaltig in die Breite bringen zu können. Denn eins für uns ist wichtig, Kultur ist kein Projekt und es hat kein Ende.